Hey Leute, ich bin's wieder eures Rekwantman. Wir machen direkt mal weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Wo haben wir zuletzt aufgehört? Fragt ihr euch sicher jetzt gerade. Nun, wir haben es geschafft, einen Gott zu besiegen. Einer der neuen Götter. Wieder mal. Mal sehen, was uns jetzt erwarten wird. Nichts Gute, definitiv. Godstorm. Mein Gott, hör ich an wie ein Shitstorm. Uff. Niedlich. Oh, Joshua. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh Gott. Information. Information. Das war's für heute. Das war's. Easy. Oh, and we dying got distorted. Because I chose the path of R3, I will sing even the heart of the factory, I will sing the mist of the storm from the moment I will begin my journey. Okay. Was ich schön an? Das ist ein bisschen weg, ne? Piss. Und hier sind wir wieder, Leute. Willkommen bei Half-Minute Hero 2. Das ist Half-Minute... Ähm... Entschuldigung. Jetzt nochmal. Half-Minute Hero Second Coming. Mal sehen, was uns dieses Mal erwarten wird. Ja, ich kann Lightning Strike. Schick. Da fällt mir ein, ich glaube, ich habe etwas vergessen. Ich bin die am Sammeln, da mache ich meistens eigentlich Off-Screen, damit ihr das eigentlich nicht mitbekommt. Jetzt möchte ich das kurz suchen. Ja. Jo. Ich bin, wie gesagt, ich bin die am Sammeln. Das ist Ruh notwendig, sag ich mal. Ist schön. Ich bin ein bisschen... Unbesor für das Archiv mit Mock-Rex. Dann muss ich noch etwas gucken. Okay, ich habe jetzt alle. Ha, die Lighting ist mal cool. So, mal sehen, wer uns hier unten erwartet wird. Ah, the holy one. Ja. Na, die Läden sind nicht mehr weit. Ja. 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 Ja, die Läden sind immer wieder zufrieden. Ja, die Läden sind nicht mehr zufrieden. Ja. 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 Hmmmm Okay, ich brauche eine Darknesswaffe Meine erste Darknesswaffe? Interessant Okay, hier ist nichts Was ist das? Black Market Oh wirklich? Mhm Aber ich will erstmal dich Oh nein Ich werde mir bestimmt kein Geld von hier aufsorgen Wollt Da 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 Mann, das ist schon ein großer Doggy Aber nur Matt von hier Pfff Tja 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 We said time Ich brauche ein bisschen schneller Geld jetzt oh, ich muss campen Was ist denn hier los? Ist das auch so ein Fib-Tier? Mütlich! Was ist das? 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 Äh... Was ist das? Boah! Ich hab ne Kettensäge gefunden, aber... Das ist interessant, definitiv! Was ist das? 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 Mhm... Was ist das? Hey Leute, hier sind wir! Entschuldigung, ich bin ein bisschen weit gegangen! Oh... Was ist das? 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 cai triffti... Makes納